Herzlich Willkommen bei euch Freunde. Wir spielen heute Ninjala. Heute ist so eine Art Turnier oder sowas ähnliches. Die Demo ist nur begrenzt da. Also das heißt, die wollen glaube ich online und sowas alles jetzt testen. Und zwar da sehen wir auch die Zeiten. 21 Uhr bis 21.59 Uhr heute. Und für euch, weil ich das Video erst morgen mache, von 5 Uhr bis 5 Uhr, also bis 6 Uhr und von 13 Uhr bis 14 Uhr. Das heißt, ich würde das dann gleich vielleicht doch schon mal hochladen, damit ihr vielleicht das ja auch noch spielen könnt, bevor es erstmal wieder weg ist. Weil ein geplantes Datum für das Spiel gibt es nämlich noch nicht. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Es sieht ein bisschen aus wie Splatoon ohne Farbe. Und ich war gerade einkaufen mit einer Maske. Das war sehr, sehr strange. Hm, lecker. Endlich habe ich wieder leckeres Brot hier. Ich bin gespannt auf das Spiel. Sah auf jeden Fall spaßig aus. du spielst die version indianer vip erfahrung der spiel ok, kann ich nicht so schnell lesen super, ja hm, na sorry Leute, ich esse noch ein bisschen schließlich 21.02, da esse ich nämlich normalerweise ne, also nicht mich hier flame, danke, danke ich bin echt gespannt, wie das spiel wird stellen wir es mir echt wie Splatoon vor so, komm, ich stehe die Verbindung her ich weiß gar nicht, von welchem Entwickler ist das was ist denn jetzt los? stimmt so zu, ja, ich stimme zu habe ich jetzt abgebrochen, ne, ne, ich hoffe nicht äh, zu, oh alter wer liest sich denn diese nutzungsbestimmungskacke eigentlich durch vor allem hieß nichts ah, jetzt kann ich zustimmen, super äh, oh alter ja kann man da eigentlich irgendwie so eine geheime Klausel einfügen zum Beispiel wer das Spiel zurückgeben möchte muss mir 10 Euro dafür zeigen, damit ich es wieder annehmen das wäre lustig, das wäre echt lustig ich merke auch gerade irgendwie ist meine Stimme komplett anders am Abend oh, wir können uns schon jemanden auswählen der sieht cool aus er sieht auch cool aus ne, ich bin kein Fan von Brillen sorry, ich hate Brillen ich müsste eigentlich auch also ich trage auch eine während dem Auto fahren aber Brillen war noch nie so mein Freund so würde ich vielleicht gerne mal irgendwann aussehen bin ja Käppi ich habe keine einzige Käppi hier deswegen würde ich eigentlich sagen, dass ich der hier eher bin Farbe ändern ah hm ne, Blatt wäre glaube ich langweilig ich finde das passt eigentlich schon ganz gut ja, Haut bin ich einfach weiß und Augen Augen sind eigentlich oah ich bin glaube ich eher eher das hier mit bisschen blau also ich habe schon blaue Augen, aber nicht so krasse blaue Augen wie jetzt hier sondern ein bisschen Chukisa Chukisa würde ich sagen ich nehme ich nehme die glaube ich, die sehen lustig aus ok das halten wir dann B zurück du siehst toll aus ja, ok könnte ich auch einen Charakternamen machen ui ok ok, ich beiß noch mal was ab Motorradjacken hmm mhm 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 irgendwas mit einer Kaugummiblase mhm 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 Das sieht ja echt hübsch aus, der Trailer-Hust. Kann aber auch an der Internetleitung liegen. Das sieht jetzt wieder besser aus. Ah, B schließen, B beenden, bitte deine Bevorzuge-Methode erst mal automatisch, sonst können wir es immer noch ändern. Äh, B. Okay. B. Oh, jetzt bin ich in der Kiste. Bam. So. Ah, guck mal, hier. So kann ich, so kann ich eine Kaugummi-Blase machen, aber... Ah, guck mal, ich kann die wegschießen. Bam. Oder? Okay. Und angreifen kann ich mit der Taste. Damit kann ich Kiste machen. Äh, das mit der X-Taste weiß ich noch nicht. Geht denn nur der Angriff da, oder was? Ah, so, warte, ich hole mir mal ganz kurz hier ein bisschen Power. Ich glaube, das füllt das X auf. Ne, tut's gar nicht. Bin ich bekloppt, oder was? Okay. Was bist du jetzt hier? Äh. Bam. Ach, ach, das lädt dann auf. Ah. Aha. Und ZR kann ich eigentlich immer machen. Okay. Das ist auch sehr, sehr gut. Ja. Und dann kann ich auch mal wieder hier Y machen. So, da kämpft man hier eigentlich nur mit ZR. So, und jetzt kann ich auch mal wieder hier Y machen. Dann könnte ich diesen Wirbelstuhl machen. Äh. Bam. Okay. Cool. Okay. Okay. Okay, okay. Ich... Ich hab's verstanden. So. Ach so. Verlassen. Ja. Kämpfe jetzt gegen andere Leute, oder was? Ich bin gest... Oh man, ich hab ja kein Brot mehr. Ach man. Ach, es gab keine Zwiebeln heute. Es gab keine Zwiebeln. War ich richtig angepisst. Im Supermarkt. Im Aldi. So. Jetzt hab ich's euch gegeben Aldi. Ihr hattet keine Zwiebeln. Ja da. Ich hab sogar nachgefragt. Ja. Ja. Hm. Ne. Kleidung haben wir nicht. Wir kämpfen einfach mal. Direkt. Kämpfen wir gegen andere? Oder wie ist das jetzt? Battle Royale. Das ist halt so ein Battle Royale Spiel, dieses Spiel hier. So. Die Spielersuche läuft. Mal schauen. Battle Royale, also wie Fortnite oder sowas. Nur mit den Dingern hier. Und ich glaube nur zu 8. Soweit ich das weiß. Dann wird es bestimmt irgendwie Kisten geben, oder? Äh. Also ich bin bereit. Okay. Ich bin schon bereit. Und bam. Geil. Und batsch. Das mit der Kiste, ja? Das. Das verstehe ich jetzt noch nicht so richtig, was die mir bringen soll. Als ob dann irgendjemand nicht weiß, dass das dann ne Kiste ist, ja? Also dass ich das dann bin. Ist ja hier auch wieder belassen. Oh. Es geht los. Es geht los. Oh. Ich hab das Fenster offen gelassen. Oh. Ich pass mal eben schnell zu. So. Gemacht. Geschafft. Guck mal. Es hat doch ein bisschen was von Splatoon, oder? Das kann mir doch niemand erzählen. Moritz. Haha. Okay. Oh Gott. Ah. 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 Oh Gott. Bam. 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 Oh Gott. Er. Er hat sich getarnt. Ich komm hier nicht weg. Ich bin gleich weg. Ich bin tot. Ich bin K.O. Ah gut. ich lebe gleich wieder okay sehr gut ich weiß nicht was dieses ding da macht aber ist in der ordnung da aua aua oh gott wie kann ich da denn ausweichen oh gott ich hab einfach irgendwas gedrückt tatsächlich ich bin schon wieder k.o. leute ich hab nur zwei leben äh nee so und dann oh doll bam super gut gemacht und nochmal schießen bam oh scheiße daneben oh gott aua kacke daneben oh 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 das ist schon zl oder so oh gott ich bin schon wieder weg ich hab kein leben mehr leute es ist irgendwie doch bisschen schwieriger als gedacht so wo wo misch ich mich ich misch mich mal hinten ein habe ich den ich weiß nicht ich glaube schon hier habe ich sehr gut sehr gut oh gott hinter hinter mir war einer ah 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 nein noch nicht noch nicht aufgeben super super erst mal erst mal gerettet so ich komm wieder ich komm wieder ba oh scheiße super 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 gut gemacht hau ihn hau ihn eine rein wie wie kann man ausweichen wie kann man ausweichen ich weiß nicht ich verstehe es auch noch nicht ich glaube ich muss vielleicht noch mal ganz ganz kurz das anschauen wie man wirklich ausweichen kann aua da waren so ein sturm ding auch immer da hin zu laufen ne ah guck mal bosh ok also irgendwie irgendwie kann man ausweichen ich glaube ich bin ne ich bin nicht draußen ok 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 ich bin nur nicht sonderlich erfolgreich das kann man auch sagen oh gott daneben batsch ah ah aaaa aaaaah mist oh da war nur jemand hat es gereicht ne ne ich weiß nicht ob ich die habe Ich glaube nicht. Okay. Das war ja schon mal eine sehr, sehr spannende Runde. Ich bin Achter geworden. Super cool. Super Jack. Du hast dich verbessert. Ich bin nicht sicher, ob ich mich verbessert habe. Ach, es gab Sonderpunkte, oder was? Interessant. Interessant. Egal, egal. Ich bin jetzt Rang 2. Jetzt habe ich eine neue Sachen bekommen. Sehr interessant. Alles sehr interessant, Leute. Jetzt für aufstrebende Ninjas. Achso, okay, okay. Ich würde ganz gerne gucken. Okay, da nicht. Das war Plus. Das war das. Y. Ein Fehler aufgetreten. Okay. Oh. Okay. Ich wurde irgendwo hingeschmissen. Irgendwo hingeschmissen. Da, 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 da. Ja, ja, wiederholen. Mach mal hier wiederholen. Oh, ich habe mir sogar Flips gekauft. Wisst ihr wieso? Denn morgen ist ja das Finale von Promis unter Palmen. Da dachte ich mir, komm, ich gönne mir mal Flips für das Finale. Da freue ich mich. Da sehe ich mich. Hattet ihr auch gestern solche Internetprobleme? Ich auf jeden Fall. Also nicht, also mich hat es nicht ganz so hart erwischt wie andere Leute. Andere konnten gar nicht mehr ins Internet. Ich konnte nicht auf Google, auf Facebook. Und auf Twitter konnte ich nicht. YouTube ging. YouTube ging. Da war ich echt glücklich. Und Netflix hat nur zwischendurch mal abgehakt. Ja, abgekackt. Ja, ich weiß, dass ich das Spiel spiele. So. Okay. Machen wir noch eine Runde, ja? Bin gespannt. Ich finde ja, die Charaktere, die sehen eigentlich ganz cool aus. Wirklich. Hä? Was ist denn jetzt los? Leute, irgendwie... ...weiß ich jetzt nicht, was hier los ist. Verbindung wird hergestellt, ja? Aber irgendwie auch nicht. Hm, oder ich mach zwei Parts. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das hier noch dauern wird. Weil guck mal, wir schmeißen uns immer wieder zum Anfang hin. Und dann kommt jetzt wieder das hier und dann sind wir hier und warten wieder. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen einfach zwei Parts, ne? Oder nur einen. Mal schauen. Ich fand das Spiel eigentlich ganz cool. Ich hätte gerne noch mehr gespielt. Aber vielleicht kommt da morgen einfach noch ein Part. Weißt du? Dann kann ich morgen früh vielleicht noch mal die Chance nutzen und das Spiel spielen. Weil irgendwie klappt es jetzt nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Na, ich würde einfach sagen, bis morgen. Euer Capito, haut rein und ciao.